Hier ist Jan persönlich. Jetzt mal am Schwierigen. Super, Jan, wie lange muss man üben, wie man es so kann? Ja, wir spielen jetzt etwa 15 Jahre Yo-Yo. Anfangs wirklich fast jeden Tag 2-3 Stunden Training. Gerade das Zweihändige ist extrem aufwendig. Die Koordination, dass man mit einer Halbzeit besser kriegt, muss man relativ herren. Man spielt gleichzeitig mit beiden Händen. Und die, die Klavier spielen, wissen das. Wenn man unterschiedliche Sachen macht, links, rechts... Wie spielst du Klavier? Ich habe Klavier gespielt, ja. Hat dir das geholfen? Ich denke, ein bisschen, ja. Am Anfang jedenfalls. Und wie alt warst du, als du angefangen hast? 12. Und jetzt kannst du von dem schon leben, oder? Ja, genau. Das Yo-Yo-Spiel ist unser Beruf. Wir sind in der ganzen Schweiz, in der ganzen Europa. Ich und meine Kollegen und wir im Namen InMotion. www.inmotion.ch ist unsere Homepage. Genau, da kann man es schauen, kann man Videos anschauen oder auf Facebook oder Fernwählen. Und die Kurs bietet ihr auch an? Wir bieten Workshops in Schulen an, Firmenworkshops, Teambuilding-Sachen, ich habe alles in diesem Bereich. Aber unser Hauptding sind eigentlich die Shows. Also bieten Yo-Yo, UFO und Firshows ab, je nach Anlass von 3 bis 33 Minuten. Alles klar. Hier sehen wir noch ein paar Impressionen, wie das so könnte aussehen. InMotion. Yo-Yo, UV-Fileshops.